Nachdem der Bewegungsablauf von den Schülern verstanden ist, gibt der Lehrer dem Schüler eine präzise und knapp formulierte Bewegungsanweisung. Hier gibt der Lehrer dem Schüler die Anweisung, den Korbleger aus dem letzten Dribbling zu beginnen und weist ihn nochmal kurz auf wichtige Details hin. Dadurch wird der Schüler auf direktem Wege zum richtigen Verhalten geführt. Untertitelung des ZDF, 2020